Hallo Skorpion, wie geht's? Ich bin Fenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht. Schauen wir mal zusammen Skorpion. Schauen wir mal zusammen. Schauen wir mal zusammen. Schauen wir mal zusammen. Ich habe Wünsche, ich habe Ideen, ich habe Sachen, die ich machen möchte, viele Sachen, die ich machen möchte. In manchen Fällen, Skorpion, hast du wirklich mehrere Sachen zu tun gleichzeitig oder hast du mehrere Sachen vor, die du machen möchtest? Auf jeden Fall sehe ich hier Wünsche, Sachen, die man machen möchte. Ja, also das ist aber auch immer wieder schön, ja. Stenzaschen Fische ist bei dir stark präsent, muss ich dir schon sagen, ja. Stenzaschen Fische. Die Garte der 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 Münzen und die Garte, die hohe Priesterin. Skorpion, warum ich diese Legung so interessant finde, ist, weil die Stenzaschen Fische hatte wie du auch, die hohe Priesterin in der gleichen Stellung wie du. Ich finde es immer nur halt interessant. Wenn so eine Synchronisierung kommt, finde ich es halt interessant und deswegen sage ich es dir. Also die Garte, die hohe Priesterin kann bei Stenzaschen Fische genauso wie bei dir in der gleichen Stellung. Auf jeden Fall sehe ich hier viel Arbeit bei dir, Skorpion. Viel Arbeit. Ich sehe hier eine Person, die sehr viel arbeitet, sehr viel vorhat, am Lernen ist und das kann natürlich für deine Energie reden, Skorpion, dass du gerade wie gesagt, viel zu tun hast, viele Sachen hast gleichzeitig, viel Illusionen hast für eine bestimmte Sache, was du gerade arbeitest oder am Lernen bist. Vielleicht bist du in einem Studium, einem neuen Studium oder du lernst was Neues. Du hast was Neues angefangen und es kann mit einem Projekt zu tun haben. Es kann mit, nochmals, einem bestimmten Studium, eine Weiterbildung, eine Ausbildung oder einfach, weil du dir neue Bücher gekauft hast und du viel am Lernen bist und du bildest dich einfach weiter. Das ist, was ich hier spüre. Entschuldigung, also irgendwie habe ich diesen gleichen Gespräch bei Stenzaschen Fische auch gehabt und du siehst ja, also acht der Münzen zeigt ja eine Person, die sehr diszipliniert ist, ja, das ist deine, Entschuldigung, Skorpion, ich kann nicht reden. Interessant. Also auf jeden Fall, das ist deine Energie, Skorpion. Du bist sehr diszipliniert momentan. Das, was du gerade machst, machst du mit sehr viel Disziplin, sehr konzentriert. Du arbeitest auch sehr viel dran, an das, was dich interessiert. Mein Gefühl ist tatsächlich, dass du sehr privat jetzt für dich bist, wenig Kommunikation oder wenig Kontakt mit anderen hast, dass du dich fast wie ein Ehremit dich eingesperrt hast und dich um dich kümmerst und dich konzentrierst und das, was dich interessiert. Wenn das jetzt ein neues Projekt ist oder mit Arbeit zu tun hat, du kümmerst dich viel. Oder wenn das, nochmals, wenn du viel am Lesen bist oder was Neues angefangen hat. Also die Sache ist, dass man hier ziemlich diszipliniert, konzentriert arbeitet und sehr gut aussieht. Das muss ich dir schon sagen. Du gibst den Rücken. Also ich spüre hier, du gibst sogar deine sogenannten Freunden den Rücken. Also du gibst natürlich den Rücken Menschen, die einfach nur neidig sind, eifersüchtig sind. Wenn du spürst, deine Person zeigt irgendwie dieses Gefühl von neidig zu sein, eifersüchtig zu sein oder mehrere Menschen, die zusammen über dich reden, schlecht reden. Irgendwie spürst du Menschen, die vielleicht dich auf einen anderen Weg bringen wollen, aber du, das interessiert dich gar nicht. Du gibst einfach den Rücken. Du lässt den Menschen weiter reden. Du lässt den Menschen weiter, von dir aus Konflikte machen, eifersüchtig sein. Du lässt dich gar nicht da beeinflussen. Denn am Ende, wie ist das immer, wie sagt man immer so schön, Skorpion, wenn Menschen reden, das ist nicht dein Problem. Das ist das Problem von diesen Menschen, die reden. Genau. Und wenn andere Menschen glauben, das, was von dir gesagt wird, das ist auch wieder nicht dein Problem. Das ist das Problem von diesen Menschen, die glauben, was von dir erzählt wird. Also von da aus, wir lassen uns natürlich nicht kontrollieren, ob irgendwie welche, manche Sachen, die gesagt werden. die Tatsache hier ist, Skorpion, ich spüre bei dir viel Weisheit. Ich habe hier wirklich mit einer Person zu tun, die sehr viel Weiße hat, sehr reif ist, sehr viel Erfolg zeigt, auch in dem, was er oder was sie macht. sehr viel Kreativität zeigt, eine Person, die natürlich sehr gerne allein sein kann, also gar kein Problem hat, allein zu sein. Manche Menschen haben damit Probleme, also ich sehe hier eine Person, die überhaupt kein Problem hat. Und das beschreibt hier wirklich deine, gerade deine Energie. Ich sehe hier diese positive Energie, ja, das muss ich ja schon sagen. Kennst du vielleicht durch deine Arbeit eine neue Person? Oder ist das für dich, also bist du gerade mit einer bestimmten Situation beschäftigt, worüber du mit niemandem sprichst? Also es gibt hier ein gewisses Geheimnis oder gar keine Kommunikation mit den anderen? Ja, also ich ziehe mich zurück, ich rede mit niemandem, über das, was ich machen möchte, über das, was ich neu anfangen will. Ich möchte ein neues Projekt, eine neue Arbeit anfangen und darüber werde ich mit niemandem reden, weil wenn ich mit jemandem darüber rede, bewirke ich nur Eifersucht und manche Emotionen bei anderen, die nicht für mich positiv sind. Also, was mache ich? Ich behalte für mich meine Information, ich rede mit niemandem darüber und ich mache weiter mit meinen Sachen, ja. Es gibt hier eine extreme positive Energie von einer Person, die sehr viel Reife zeigt und sehr viel Weisheit. Für manche gibt es hier eine Person, die manche Fälle du durch diese Situation kennst, durch die Arbeit oder aber nochmals, es gibt hier ein gewisses Geheimnis. Ich hole mir mehrere Karten. Skorpion, deine Energie ist stark interessant, stark interessant, ja. Weißt du, was ich interessant finde? Von diesem Deck habe ich vorher für dich wie für alle anderen auch ein paar Karten rausgeholt, ja, weil sonst bin ich hier sehr stark am Mischen und da spare ich ein bisschen Zeit. Für dich kam die Karte den Rückzug, Ich finde es extrem interessant, weil das ist diese Karte auch. Man zieht sich zurück, ich ziehe mich zurück und ich kümmere mich um meine Sachen. Interessant, Interessant. Interessant. Warum? Weil, schau mal, die anderen Karten, die gekommen sind, übrigens, ich habe es nämlich vergessen, bei einem bestimmten Sternzeichen, das war Schütze, glaube ich, ich habe es vergessen, ja, die zu zeigen, weil ich habe die natürlich sehr auf dem Tisch gehabt, aber auf jeden Fall ist die Karte, die Co-Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit, wahre Liebe, unerwiderte Liebe. Ich denke, man hat sich ja in manchen Fällen hat man sich ja getäuscht, man dachte, eine bestimmte Situation würde über eine wahre Liebe reden, aber am Ende hat sich was anderes ergeben, ich empfinde, es kann möglich sein, dass man hier eine Täuschung oder so eine Situation gab es von wahrer Liebe und in Wirklichkeit kann ich gar nicht so eine wahre Liebe wahr, also hier gibt es einen Rückzug, ich hole mir mehrere Karten, Zweite Stäbe, Klassimele Optionen hier, ne, ähm, wow, der König der Schwerter auf dem Kopf, ja, Skorpion, ich hoffe, ich kann das Video hier beenden, weil, ich habe nur technische Probleme momentan, also, schau mal jetzt, Skorpion, also ist interessant, der König der Schwerter ist jetzt rausgerutscht aus dem Kopf, ja, vorsichtig mit dieser Energie, Wasser, äh, Luft Element, Sternzeichen, Wassermann, Waage, äh, Zwilling, und ich meine, vorsichtig meine ich jetzt, weil der König der Schwerter aus dem Kopf ist nicht unbedingt eine positive Energie, ja, äh, ich hole mir mehrere Karten jetzt, wow, geförtert, es gibt es nicht, oder? Wow, wow, Skorpion, was für eine Legung, äh, Asteschwerter, Asteschwerter deutet auch auf Kommunikation, ne? Also Asteschwerter ist eine wichtige Energie, äh, auf jeden Fall sehe ich hier Kommunikation, aber die Sache ist, äh, der König der Schwerter aus dem Kopf und der Asteschwerter, man merkt, man macht hier, man setzt Grenze mit manchen Menschen, Menschen, die nicht ehrlich sind, und ich meine, was soll ich dir hier sagen, ich habe auch Fünfte Schwerter, Fünfte Schwerter und der König der Schwerter aus dem Kopf ist keine positive Energie mit manchen Menschen, mit denen du zu tun hast und du wirst, natürlich sehr gut wissen, mit welchen Menschen du zu tun hast, aber es gibt hier, ähm, keine, keine ehrliche Energie, Ich denke, eine Wahrheit kommt ans Licht, ja, ach du hier, du wirst dich über eine bestimmte Sache informieren, also du wirst was erfahren, du wirst was erfahren, eine Wahrheit kommt ans Licht, ja, interessant, und auf jeden Fall einen Schluss, schau mal, deine Leerung ist stark interessant, Skorpion, schau mal hier, in der Mitte, fünfte Kälte, eine Person, ähm, vermisst, hier, jemand, also es gibt hier das Gefühl von, ich vermisse eine Person, ich denke sehr viel an eine Person, äh, die Gefühle sind ja da, die Vergangenheit ist da, und diese Situation zeigt sich hier, Skorpion, ja, also, das ist das, was wir in der Mitte haben, in eine fünfte Kirche, ja, schau mal bitte jetzt hier, zweite Stäbe, fünfte Kirche, und siebende Münze, ich denke, eine Person ist sehr stark am Nachdenken, äh, eine Person denkt sehr viel nach, und, äh, ist am Denken tatsächlich, was, was, äh, man machen kann hier, denn man spürt, äh, man hat viel Geduld jetzt hier gehabt, mit einer bestimmten Situation hat man hier viel Geduld gehabt, viel Zeit ist vergangen, in manchen Fällen, viel Zeit ist vergangen, und, ähm, aber eine Person vergisst nicht, eine Person kann nicht vergessen, eine Person ist traurig, und dieses Gefühl von Nostalgie, und, äh, von Traurigkeit, ist hier schon zu spüren, äh, in manchen Fällen gibt es hier eine geografische Distanz, muss nicht sein, aber es könnte möglich sein, ja, äh, dass eine Person hier wirklich sehr viel am Nachdenken ist, Uwe, das, was geschehen ist, und, ähm, ja, schau mal, was ich hier habe, weil das ist nicht normal, schau mal bitte jetzt hier, die hohe Priesterin, fünf der Kölche, und die hohe Priesterin, also, Skorpion, hier ist eine starke Sache, also, Ständzeichen Skorpion, wie du, Ständzeichen, äh, Fische, oder sogar Krebs, ist auf dem Tisch stark präsent, Wasserelement stark präsent bei dir, überhaupt, Ständzeichen Fische, Ständzeichen Krebs, Ständzeichen Skorpion, wie du auf jeden Fall auch, äh, es gibt hier ein Geheimnis, oder eine Situation, worüber du mit niemandem gesprochen hast, es gibt hier, ja, ein Gefühl von, ich vermisse eine bestimmte Person, mit der ich gar keine Kommunikation habe, es gibt hier gar keine Kommunikation, null Kommunikation, und, ähm, aber, ich habe hier eine starke Sache, ich meine, zweimal die heue Priesterin, ist natürlich interessant, es gibt hier, eine sehr spirituelle Energie, bei dir, jetzt, Skorpion, das meine ich, ist eine sehr starke, spirituelle Energie, viel, viel Weisheit zu spüren hier, viel Reife, und, ja, eine alte Seele, das auf jeden Fall, also, das hier ist nicht unbedingt selbstverständlich, oder? Das ist nicht selbstverständlich. Also, ich habe das in dem Fall noch nie gehabt, es gibt hier viel Weisheit zu spüren, in deiner Legung, viel Weisheit. Ich habe hier nicht irgendeine, irgendeine Person, es ist eine Sache, die wirklich, ja, stark interessant ist. Ich meine, in manchen Fällen, ist hier die Arbeit, es gibt hier eine Verbindung durch die Arbeit bei dir, mit dieser Person? Ich meine, die Nummer 5 und 5 zeigt sich bei dir, ja, also oft das, die Nummer 5, 5, ich sehe hier schon einen Konflikt, ja, man spürt schon einen Konflikt hier, mit einer bestimmten Person. Schau mal bitte, die Hohepriesterin, die Gatte der Narr und eine Königin der Kälte. Du merkst ja, also, dieses Wasserelement ist sehr präsent bei dir und ja, Stenzerischen Fische sehr präsent bei dir. Es gibt hier eine Person, die eine, ja, also die Energie zeigt sich wie eine gute Person, eine liebe Person, ja, eine Person, die in dem Fall hier, sehe ich eine Person, die sich auch sehr frei fühlt, frei ist, ja, also eine Person, die allein ist, keinen Kompromiss hat, in manchen Fällen sogar gar keinen Kompromiss möchte. Eine Person, die diese Freiheit genießt und, ja, also, und einen neuen Zyklus anfängt. Diese Person, die ich hier habe, hat natürlich schon eine starke, komplizierte Zeit hinter sich, natürlich. Wir reden über eine Person, die jetzt neu anfängt, neu anfängt, aber diese Person ist schon, hat schon mehrere Leben hinter sich. Ich habe hier eine starke, reife Energie, das muss ich dir wirklich sagen. Ja, du merkst ja, ich bin ohne Worte mit deiner Lebung. Skorpion, dass das sogar deine Energie auch sein könnte, natürlich. Also ich meine, ich habe hier nochmals, wie ich dir gesagt habe, mit einer sehr reife Energie zu tun, viel Spiritualität hier zu spüren bei dir, viele Erfahrungen im Leben. Ja, eine Person, die sich weiterbildet, die viel mehr Information, also eine Person, die neugierig ist, ja, für das Leben, für was Neues, einen neuen Zyklus im Leben jetzt anfängt, natürlich ist das perfekt auch deine Energie. Ja, aber du merkst ja, hier habe ich mich mit diesem König in der Kirche, also, ähm, ist schon eine starke Energie bei dir. Und ja, Wasserelement, Wasserelement, ich spüre, dass hier eine Verbindung durch die Arbeit gibt mit einer bestimmten Person. Das ist, was ich hier spüre. Aber gewisse Geheimnisse könnte man hier sehen, ja, aus irgendeinem Grund, aber gewisse Geheimnisse könnte man hier sehen. Entweder, weil die Person sich einfach zurückzieht, weil eine Person hier überhaupt gar keine Kommunikation hat, also keine, von sich nicht wissen oder hören lässt, eine Person, die sehr privat für sich ist. Eine Person, die wieder wirklich sehr viel arbeitet, also eine Person, die mehr sich um seine Finanzen konzentriert oder kümmert. Das ist, was ich hier sehe. Skorpion, ich meine, deine Energie, ist interessant, Minimum interessant, weil zweimal die Heu Priesterin in dieser Reihe, ich meine, ist eine sehr starke spirituelle Energie, was wir hier haben. Ja, immerhin die Heu Priesterin, ist nicht irgendeine Energie, ist die Heu Priesterin. Ja, und ja, sehr privat für sich. Niemand weiß, über diese Person Bescheid, das ist viel Geheimnis hier zu spüren. Und ich denke, eine Wahrheit kommt nächste Woche ans Licht. Etwas erfährt man durch eine Kommunikation oder wie auch immer, etwas erfährt man. Skorpion, in manchen Fällen habe ich hier fast mit einer Hexe zu tun. Warum sage ich das? Wegen dieser starken Intuition, was ich hier spüre. Ich habe hier eine starke Intuition zu spüren, ja. Ja, es gibt hier einen Lehrer, es gibt hier eine Person, die nochmals ein Lehrer ist, viel Weisheit zeigt, es gibt hier eine besondere Energie. Du wirst wissen, wie deine Situation ist, aber das ist, was ich hier spüre, von einer bestimmten Energie. Und ja, fünfte Kirche, also jemand leidet schon hier, eine Person vermisst sehr stark, leidet hier, hat Erinnerungen, die Erinnerungen sind da, die Nostalgie ist da, eine Person bereut eine bestimmte Sache hier, ich meine, das ist, was ich hier spüre, ein bestimmtes Missverständnis in manchen Fällen, ja, also, dass wir hier mit Missverständnissen zu tun haben könnten, Eifersucht in manchen Fällen, also, dass man hier sogar mit Eifersucht zu tun hat, ja, dass diese Eifersucht auch hier zu sehen ist. Die Gefühle sind bei dir zu sehen, Skorpion, also, fünfte Kirche in der Mitte, also, man spürt hier, die Gefühle sind da, ja, und man spürt dieses Gefühl von, ich bereue es, ich bereue es halt, ja, ich denke sehr viel nach und, ich habe mir viel Zeit genommen für eine bestimmte Situation, habe ich mir viel Zeit genommen und, und, das Gefühl ist hier, also, eine Person hat sich mehr um die Arbeit gekümmert hat und, und, und wenig Zeit für die Liebe, auf jeden Fall, also, ich sehe hier eine Person, die sich mehr, viel mehr Zeit für die Arbeit genommen hat, als für die Liebe, ja, ja, entweder, weil man ein neues Projekt angefangen hat, weil es was Neues da gab und man hat sich da viel mehr konzentrieren müssen, ich habe mich da viel konzentrieren müssen und, wie gesagt, wenig Zeit für die Liebe gehabt, ja, und jetzt bereue ich eine bestimmte Situation, ich bereue es, ich denke sehr viel nach, ja, und, ja, ich habe mir hier viel Zeit genommen, es gibt hier einen Traum, ja, es gibt hier einen Traum, einen Wunsch, eine Illusion hat man hier, man träumt wirklich mit einer bestimmten, in manchen Fällen mit einer bestimmten Person, Skorpion, es ist ja klar, dass nur du weißt, was das hier für dich alles heißt, ehrlich gesagt, deine Energie ist ziemlich spirituell, ziemlich geheimnisvoll, würde ich sagen, das ist sehr geheimnisvoll und sehr in einer Stille, ich spüre hier eine Stille, also gar keine Kommunikation, null Kommunikation, einen Stillstand, eine Stille, wie gesagt, und viel Geheimnis ist hier zu spüren. Dass die negativ ist, nein, eigentlich nicht, ich sehe hier nicht unbedingt eine Negativität, ich sehe vielleicht eine Nostalgie, die vielleicht auch ein bisschen Traurigkeit, natürlich emotionell gesehen, diese Traurigkeit da sein könnte, aber die Energie in sich ist nicht negativ. Ich spüre hier bei dir viel Erfolg, in dem, was du lernst, in dem, was du jetzt anfängst, finanziell gesehen, viel Reichhaltigkeit, viel Erfolg, wie gesagt, viel Weisheit, man merkt, hier sind gute Vorzeichen, das merkt man bei dir, dass die Energie böse ist und langsam, ja, das ist meine, ja, alles nimmt seine Zeit und so weiter, aber ich spüre hier eine Person, die einen Blick in der Vergangenheit werft, ja, ich werfe einen Blick in der Vergangenheit und ich spüre eine gewisse Nostalgie, Traurigkeit, wenn ich an eine Person denke, ich vermisse die Person, ich rede darüber nicht, aber ich denke an diese Person und ich vermisse und ich bereue in manchen Fällen, was geschehen ist und ich habe mir auch viel Zeit hier genommen, mich um meine Arbeit konzentriert, um meine Finanzen und meine Sachen gekümmert und die Liebe habe ich einfach zur Seite gelassen und mich nicht zu viel darum gekümmert und jetzt bereue ich und ich denke sehr viel an diese Situation, an diese Person und ich vermisse diese Person. Das ist das Gefühl, was wir hier haben. Skorpion, was ich denke, nächste Woche ziehst du dich zurück und wirst du sehr stark für dich am Nachdenken sein. Du wirst weiterhin mit dir dich beschäftigen natürlich, mit deiner Arbeit, mit deinen Projekten, mit deinem Studium, du wirst dich weiter beschäftigen, das ist sicher, aber du ziehst dich zurück sowieso und ich denke, dieses Nachdenken ist bei dir auch hier sehr stark zu spüren, das ist, was ich hier spüre, also der Rückzug ist ja da, aber nicht nur bei dir, ich habe diese Karte bei mehreren Sternzeichen gehabt, Skorpion, das ist, was ich hier spüre. in manchen Fällen rede ich hier, dass hier eine dritte Person irgendwie ist, das kannst nur du wissen in deiner Situation und da wir nicht alle das gleiche Leben haben, spricht in manchen Fällen für dich gar nicht diese dritte Person. Was heißt diese dritte Person? Ich rede hier nicht über drei Beziehungen, ich rede in manchen Fällen eine Person, die du in deinem Kopf hast, an den du sehr stark denkst und sogar in manchen Fällen bist du in einer Beziehung gerade, aber dein Kopf, deine Gedanken sind an eine andere Person, mit der du gerne vielleicht doch was gehabt hättest oder zusammen sein, ja, zusammen sein wurdest. Das ist, was ich denke, muss aber nicht sein, weil die hohe Priesterin irgendwie doch ein Geheimnis mit sich hat und es kann doch für eine dritte Person auch reden, aber nochmals, nicht für uns alle, natürlich nicht, nicht für uns alle, natürlich nicht, aber diese Nostalgie ist halt da, das ist, was ich dir hier sagen kann, Skorpion. Auf jeden Fall, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos, Dankeschön und ein schönes Wochenende, Skorpion. Danke, Tschüss.